So, hier geht's rund, hier geht's rund. Die Landwirte sind alle hier wieder im Einsatz. Die arbeiten Hand in Hand mit unseren Maschinisten. Hier wird der fränkische Radbagger noch repariert, aber den kriegen wir auch wieder fit. Es ist noch Suppe da, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Und hier kommen die Bewohner und ich habe hier, man, ja, was bleibt einem anderes übrig als ein gutes Gemüt. Ja, so muss das sein. Solidarität. Es ist wirklich unglaublich, was hier passiert an Hilfe, an Solidarität. Vor allen Dingen, wenn ich die ganzen Maschinen hier sehe, die Traktoren, die Bagger, die Radlader. Ja, echt, wenn die Landwirte hier nicht, ich kriege gerade eine Gänsehaut, ich fange gleich an zu flennen. Wenn die ganzen Landwirte hier nicht gewesen wären, die haben uns hier den Arsch gerettet. Wir haben hier noch keine offizielle Hilfe, die ist gar nicht existent. Es gibt kein Dixi-Häuschen, ja, Wasser, Strom, Gas, alles weg, auf Dauer weg. Und wenn ich die ganzen Maschinen hier sehe, die Leute, die hier schaffen, umsonst schaffen, die hier hingekommen sind, hier baggern, schaufeln Tag und Nacht, das ist unglaublich. Danke, danke, danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es macht mich sprachlos. So wie die Katastrophe war, die fassungslos macht, macht die Solidarität der Leute hier, die über ganz Deutschland kommen, wenn ich die Nummernschilder sehe, stundenlang mit den Traktoren hier hin, die helfen hier. Irre. Danke. Sehr gerne. Übrigens, ihr bekommt mobile Duschen, die habe ich heute Morgen bestellt. Die kommen spätestens morgen früh. Wahnsinn. Danke. Okay, also, ja. Vielen lieben Dank. Ich kann es, glaube ich, stellvertretend alle hier sagen, die Leute sind begeistert, was hier abgeht, bei dem ganzen Elend, bei dem ganzen Schlimmen, bei den ganzen Katastrophen, ganz viele schlimme Schicksale. Ja, leider auch Tote zu beklagen. Ich weiß nicht, wie viel. Sehr, sehr schlimm. Aber das, was an Hilfe kommt, tröstet uns echt ein bisschen. Und wie gesagt, ohne euch wären wir hier völlig aufgeschmissen. Danke. Okay, sehr gerne. Es kommt alles von Herzen. Und wir bleiben auch noch ein paar Tage, versprochen. Dankeschön. Okay, danke auch.